Heute legen wir los mit einem Let's Play, das entweder ein totaler Reinfall oder ein absoluter Erfolg wird. Ganz einfach, weil ich die folgende Mod nur ein einziges Mal gezockt habe. Denn heute zocken wir die Kaiserreich Mod. Für die, die nicht wissen, woraus diese Mod besteht, keine Sorge, ich habe da etwas vorbereitet. Es folgt eine schnelle geschichtliche Erklärung. Die Kaiserreich Mod beschäftigt sich mit der Frage, was wäre, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte. Das Ganze wird so erklärt, dass Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg aufgegeben hätte, sodass keine amerikanischen Schiffe versenkt worden wären. So wäre auch der Eintritt der USA in den Krieg verhindert worden. Außerdem schaffte es der Kaiser in diesem Szenario Ludendorff und Hindenburg nicht die gesamte Macht zu verleihen, weshalb Wilhelm II. die volle Kontrolle behielt. Daraufhin entscheidet die USA, dass sie weiterhin neutral bleiben und sich somit auf keine Seite stellen. Dass der deutsche Geheimdienst, Abteilung 3B dort auch seine Finger im Spiel hatte, brauche ich sicher nicht erwähnen. Denn diese hatte sich gezielt mit der Infiltration der amerikanischen Politik befasst, sodass die USA aus dem Krieg rausgehalten werden konnte. Durch schwere Verluste auf Seiten der Franzosen begannen große Teile der Armee zu meutern, was die Front zusätzlich schwächte, sodass Frankreich keinerlei Offensiven gegen das Deutsche Reich starten konnte. Im Osten Europas wendete sich das Blatt des Krieges, da der russische Zar abdanken musste. Eine demokratische Regierung übernahm die Zügel in Russland, doch Wladimir Lenin startete mit seiner Vision eines kommunistischen Russlands. Der russische Bürgerkrieg begann. Und der Plan Kaiser Wilhelms, Lenin nach Russland zu schicken, um dort eine Revolution anzuzetteln, ging auf. Die deutsche Armee konnte dadurch tief nach Russland vordringen, sodass im März 1918 der Friedensvertrag von Brest-Litovsk unterzeichnet wird. Nun, da im Osten keine Divisionen mehr benötigt werden, startet der österreichische Teisekal eine große Offensive in Norditalien, was die Italiener bis nach Venedig zurückbringt. Ein voller Erfolg der Mittelmächte. Wenn da nicht die Osmanen wären, die währenddessen arabische Aufstände im ganzen Land erleiden. Außerdem haben die Briten bereits Jerusalem und Bagdad erobert. Doch ein Ereignis bringt einen Wendepunkt in das Kriegsgeschehen. Ein britisches Patrouillenschiff versenkt versehentlich einen amerikanischen Frachtraum, tötet mehrere US-Bürger. Die prodeutschen Politiker in den USA bringen den Rest der Politik dazu, das deutsche Kaiserreich im Krieg zu unterstützen. Daraufhin beginnen die Deutschen eine groß angelegte Offensive gegen Frankreich. Ihnen gelingt es, große Teile der französischen und britischen Armee einzukesseln. Paris wird anschließend belagert. Eine Meuterei übertrifft die nächste, da die Versorgung der Bürger nicht mehr gewährleistet werden kann. Frankreich kapituliert infolgedessen. Eine Siegesparade der Deutschen durch Paris wird veranstaltet, was Frankreich zusätzlich demütigt. Frankreich wird zu einem kommunistischen Staat. Was daraufhin folgt ist klar. Die Briten und die Deutschen unterzeichnen einen Friedensvertrag und in Britannien breitet sich der Kommunismus ebenfalls aus. Deutschland und Österreich-Ungarn gehen gemeinsam mit den Osmanen siegreich aus dem Ersten Weltkrieg hervor, doch der nächste Weltkrieg scheint bereits bevorzustehen. Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearts of Iron 4 mit der Kaiserreich-Mod. Und ja, wir starten diesmal, ja nicht wie sonst, wir starten diesmal im Menü. Und zwar könnt ihr dann besser sehen, wie umfangreich diese Mod ist und wie ich die ganzen Einstellungen mache, damit ihr auch, ja ihr wisst ja sowieso, also warum sollte ich cheaten. Aber, ähm, genau. Also, wir spielen die Kaiserreich-Mod, wie schon gesagt, äh, diese Mod ist sehr, sehr umfangreich. Äh, es gibt, wir spielen das Ganze mit deutscher Übersetzung übrigens, deswegen ist ja auch alles gerade schön auf Deutsch. Ähm, manche Ereignisse sind aber noch nicht auf Deutsch übersetzt, weil diese Übersetzungs-Mod noch nicht, ähm, ja, ich glaube noch nicht aktualisiert wurde. Deswegen, ähm, genau. Wir wählen mal ein Land aus und zwar wollen wir das deutsche Kaiserreich spielen, denn ihr habt das ja in der Abstimmung so, ähm, ja, gewollt. Das habe ich ja auch alles in dem Intro erwähnt. Und wir machen einfach nur das, was wir immer tun, nämlich auf freie Rechte gehen. Ich kann euch das einmal zeigen. Das beinhaltet nämlich, Moment, genau, hier kriegst du immer frei, ne, alles frei, 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 frei. Äh, man kann immer Freiwillige, ähm, versenden und die Unabhängigkeit garantieren ist blockiert. So, das ist das, was wir haben. Wir haben auch zwei Mods drin, die sind immer in der Beschreibung verlinkt. Nämlich einmal Better State, nee, was war es? States Transfer Tool und, äh, Core, Core States oder ihr seht's auf jeden Fall, ne, ihr seht's in der Beschreibung. Äh, wir starten einfach mal drückt. So, und ich warne euch vor, es ist sehr, sehr viel zu lesen. Deswegen, ich werde nicht jedes Ereignis vorlesen, denke ich, weil, ähm, oben ist ja immer so ein Titel über den Ereignissen. Da sehen wir ja meistens schon, worum es da geht. Und bei den Auswahlmöglichkeiten wissen wir ja dann ja schon, wie die, ja, wie wir darauf antworten. So, genau, so, jetzt sieht man ja einmal, ja, das Übersetzungsteam präsentiert von, ne, dem Kaiserreich. Äh, vier Team heißt es wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, jo, und jetzt kriegen wir hier halt so eine kleine Übersicht, dass es sich jetzt um eine Beta handelt. Und, ähm, ja, einfach nur kurze Infos. Wir können hier oben, können wir nämlich einstellen, dass wir zum Beispiel nur regionale Nachrichten wollen oder weltweite Nachrichten. Äh, wir können aber auch sagen, wenn ihr mal zum Beispiel auf Kiew achtet. So, jetzt klicke ich hier drauf und jetzt wird das, äh, ja, die Stadt so geschrieben, wie sie auch, äh, ja, in diesem Land halt geschrieben wird, ne. Genau, aber wir haben das halt auf Übersetzung, so, wer wir es immer haben. Genau, so, wir, ähm, ziehen mal alle unsere Divisionen zusammen. Das ist das Erste, was wir tun. Äh, wir haben 684.000 Mann, wir haben eine Luftwaffe von 28.000 und eine Marine von 76.000. Garnision 18.000 und wir haben überwiegend eigentlich nur Infanteriedivisionen. Warum auch immer haben wir drei, beziehungsweise sogar vier verschiedene Infanteriedivisionstypen. Wir haben zwei Panzerdivisionen, zwei, äh, ne, vier Cavalierdivisionen, eine Marine, Sturmdivisionen und dann noch drei motorisierte Divisionen, falls ihr es noch nicht gesagt habt. Wir ändern das einfach alles mal eben in Infanteriedivisionen um. So, dann, äh, gucken wir einmal hier, genau. Unsere Panzerdivision besteht aus schweren Panzern. Wir haben hier auch noch Garde-Infanteriedivisionen. Da haben wir einfach nur Pioniere drin. Dann haben wir hier Infanteriedivisionen mit Adlerie. Das, was wir eigentlich immer nehmen. Dann haben wir Infanteriedivisionen ohne irgendwas drin. Und wir haben noch eine leichte Panzerdivision. Und wir haben noch das übliche Cavalierie, motorisiert, bla bla bla. Genau, wir, ähm, löschen jetzt einfach mal die, die wir sowieso nicht nehmen, beziehungsweise die, die ich nicht nehme. Ähm, ja, wo war das mit, hier mit Adlerie? Genau, Adlerie würde ich sowieso nehmen. Deswegen ändern wir die jetzt mal eben alle schnell auf. Ist es das hier? Das ist es. So, mit Adlerie. So. Gelöscht. Gelöscht. Und dann benennen wir das einfach mal schnell um. In Infanteriedivisionen oder deutsche Infanteriedivisionen. So, deutsche Infanterie. Ist eigentlich scheißegal. So. Genau. Ähm, da haben wir es auch schon erledigt. Dann ziehen wir die Truppen sofort mal nach Frankreich. Denn, ihr habt es ja im Intro schon alles gehört, was ich erzählt habe. Äh, oder was erklärt wurde, dass Frankreich jetzt kommunistisch ist. Die Briten ebenfalls. Ähm, genau. Wie man hier sieht, Belgien ist unsere Marionette. Und ich habe diese Mod bisher nur einmal gespielt. Genau. Und das war vor mehreren Jahren. Und das ist nämlich das ganze Problem schon. Ähm, ich habe es jetzt noch einmal vorher angespielt. Um zu gucken, wie in etwa ist das hier. Und es geht einfach. Also wir müssen uns einfach nur gefasst machen auf einen Zweiten Weltkrieg. Der ausbrechen wird. Und der wird entweder ausbrechen, sodass wir gegen Frankreich und Britannien im Krieg sind. Ich mache mal auf Bündniskartenmodus. Genau. Die sind nämlich zusammen. Ein kommunistisches Bündnis ist das. Und entweder haben die beiden gegen uns Krieg. Oder die Russen gegen uns Krieg. Ähm, oder halt beide. Und das wäre der Worst Case, wenn beide gegen uns Krieg hätten. Das wäre sehr, sehr scheiße. Ähm, genau. Italien ist drei geteilt. Beziehungsweise, nee, sogar vier geteilt. Fünf geteilt. Sardinien. Dann einmal Königreich. Äh, ich lasse es mal lieber, das vorzulesen mit nur bösen Enden. Dann haben wir noch die Sozialistische Republik Italiens. Dann haben wir noch den Kirchenstaat. Und die Italienische Republik. Also demokratisch. Genau. Österreich-Ungarn ist komplett zerfallen. Ähm, wir starten mal direkt mit dem Bau von Zivilfabriken und Militärfabriken. So, erstmal nur ein paar. Und das erste, was uns gleich fertig machen wird, wird die Weltwirtschaftskrise sein. Genau. Die wird nämlich genauso wie auch in echt ausbrechen, aber anscheinend ein bisschen später. So wie es aussieht. Weil ich meine, die war ja, ja, die war ja eigentlich viel früher, ne? In der Weimarer Republik. Und wir haben jetzt schon 1936. Und kriegen jetzt erst, gleich sogar erst, die, äh, große Depression, sag ich mal einfach. Ich sag's, ich nenn's einfach mal große Depression. So, genau. Das ist unser Fokus-Stream. Äh, ganz einfach erklärt. Äh, hier geht's einfach um Marine. Hier geht's um, äh, Militär. Ne? Und ich glaube, Gebietsansprüche können wir vielleicht, ne? Hier können wir solche Sachen wie erneuerter Militarismus kriegen. Regulierbare Bevölkerung plus 3, Moral der Armee plus 5 und Kriegsunterstützung plus 20. Genau. Dann ist hier noch, glaub ich, genau für Flugzeuge, für die Luftwaffe ist auch noch dabei. Dann haben wir hier noch was für die Forschung. Sehr schön. Ich find's auch eigentlich sogar ziemlich übersichtlich, muss ich sagen. Und, ähm, genau. Hier haben wir Stand der Wirtschaft. Hier können wir was für die Wirtschaft tun. Äh, Zivil, Militärfabriken kriegen, Boni kriegen, bla bla bla. Ne? Fabriken für Konsumgüter minus 5%. Gehen dann auch runter bei manchen Schwerpunkten. Hier 5, 5 und auch 5. Genau. Das liegt aber daran, dass wir später die Depression kriegen, die uns, glaub ich, 40% Fabriken für Konsumgüter gibt. Also zusätzlich. Das, äh, ist, ja, schwierig. Deswegen hat man hier, äh, Schwerpunkte, mit denen man das runterbringen kann. Wo war's jetzt? Wo ist es? Da ist es. Ne, da ist es nicht. Ne, dann war's. Hier. Genau. Goldstandard. Minus 15% Fabriken für Konsumgüter. Hier auch nochmal für minus 15%. Hier auch minus 5%. Hier nochmal, ähm, genau. Hier wird das entfernt, das Ganze. Und, ja, ihr seht schon, das wird sehr hart eskalieren. Ich sollte aber einen Schwerpunkt auswählen. Wir nehmen mal kaiserliche Neustrukturierung. So, genau. Jetzt brauchen wir noch Transportflugzeuge und Marinebomber. Marinebomber. Ähm, da und da. Dann haben wir das auch erledigt. Es war der falsche Marinebomber. Ja, moin. Nehmen wir ihn hier. Genau. Jetzt geht's. Okay, dann machen wir noch Chrom. Machen wir das Osmanische Reich. Und wir machen Deutsch-Ostasien. Genau. Das sollte ich euch auch noch erklären. Ähm, so sieht es aus, wenn man den Bündniskanal-Modus aktiviert. Und zwar haben wir die Entente immer noch. Entente sind einfach nur die ehemaligen Commonwealth-Staaten überwiegend. Dann haben wir noch das britische kommunistische Bündnis mit Frankreich. Habe ich euch ja schon erzählt. Dann haben wir noch unser Bündnis, Reichspakt. Da ist nicht mal Österreich-Ungarn drin. Österreich-Ungarn hat nämlich ein eigenes Bündnis. Die Schweinehunde. Die hatten keinen Bock auf uns. Deswegen, ähm, ja. Wird das auch ganz interessant bei denen. Vor allem, weil die eh schon so zermürbt sind hier. Äh, zerrubbt sind. Bin ich mal sehr gespannt. So, dann haben die Russen. Irgendwann kriegen die, glaube ich, auch noch ein eigenes Bündnis. Gerade haben sie keins. Die Osmanen sind auch nicht in unserem Bündnis. Bulgarien auch nicht mehr. Und die Vereinigten Staaten sind auch nirgendswo drin. Kanada, wie gesagt, in der Entente. Dann gibt es noch das japanische Bündnis. Das ist die gemeinsame Wohlstandsphäre. Genau. Und das ist mit keinem. Die sind alleine. Ja, moin. Und Hirohito. Hirohito. Japan bleibt komplett gleich. Bis auf, dass die halt demokratisch sind. Und dann gibt es noch das Jingreich. Oder Queenreich, wie man will. Das sind ganz viele chinesische Teilstaaten. Das sieht noch schlimmer aus. Als in Hearts of Iron. Vanilla. Und das wird auch sehr, sehr lustig. Ich hätte wirklich keinen Bock, hier was zu spielen. Ich sehe gerade, Nepal ist auch irgendwie größer geworden. Warum auch immer. Okay. Alles klar. Tibet hat auch ein paar neue Gebiete. Okay. Ja. Okay. Der Kommunismus hat anscheinend nicht so nach China gefunden. Der sieht aus wie Terence Hill. Ein bisschen, oder? Komm. Der sieht ein bisschen so aus. War doch Terence Hill, oder? So. Genau. Wir sind jetzt schon. Ich bin jetzt schon fast so ungefähr zehn Minuten am Aufnehmen. Ohne gestartet zu haben. Wir starten direkt mal. Aber ich muss euch warnen. Nochmal warnen. Wir werden jetzt voll gespammt mit Ereignissen. Das ist am Anfang immer so. Genau. Wir kriegen nämlich jetzt die Verfassung des Deutschen Kaiserreichs. Keine Sorge, ich lese es nicht vor. Ihr könnt es euch gerne. Ihr könnt Pause machen. Könnt euch das durchlesen. Es geht einfach nur darum, zusammengefasst, was Deutschland für ein Staat ist. Was die Geschichte des Kaiserreichs ist, seit der Gründung des Norddeutschen Bundes und der Vereinigung zum Kaiserreich im Deutsch-Französischen Krieg. Und ja, das sagt einfach, wir haben eine Verfassung, wie unsere Politik aussieht, bla bla bla. Und ja, dann haben wir nur den Punkt, eine Verfassung garantiert, zumindest Stabilität. Mehr ist halt nicht. Wir kriegen jetzt aber schon das nächste Ereignis gleich sofort, soweit ich weiß. Hier können wir die Luftwaffe löschen. So. Ermordung. Ja, genau. Ihr seht schon, ne? Stimmrecht im Gesandtschaftsrat. Ja, ist nichts Schlimmes, wie ihr seht. Politische Macht plus 25 und Ermordung von Präsident Kerensky. Wie barbarisch. Genau, der russische Präsident Kerensky wurde erschossen. Und jetzt ist er, ja, dann macht Piotr Wrangel. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Genau, er übernimmt die Kontrolle über Russland. Sieht auch nicht so freundlich aus, muss ich ehrlich zugeben. Aber gut. Mal gucken, der schwarze Baron, alles klar. Das ist die Abklatsche vom roten Baron. Ja, und wir haben, genau, Marionetten. Äh, ja, folgende. Und zwar Weißrussland, Königreich Litauen und United Baltic Duchy. Äh, also vereinte baltische, baltisches Königreich, oder, ne? Ihr wisst schon. So, und die Ukraine ist auch bei uns in dem Bündnis. Die Ukraine ist maximal groß. Keine Ahnung, was da abgegangen ist, aber gut. Und Edward VIII. müsste es sein, wird zum König von Großbritannien gekrönt. Ähm, ja, genau. Heißt einfach, die sitzen jetzt in Kanada. Genau. Und das Ziel von ihm ist es, die britischen Inseln wieder zu erobern, damit seine Familie wieder über Britannien herrschen kann. Denn die sind jetzt im Exil in Kanada und, äh, sind auch demokratisch, liberal, ja, demokratisch, freiheitlich auf jeden Fall. Genau. Die totalistische Charter, das Volk muss diesen Wahnsinn zurückweisen. Genau, ich glaube, das ist irgendwas gegen Kommunismus und Sozialismus, so eine Front, ähm, genau, weil der Kommunismus, der breitet sich hier sehr, sehr stark aus. Da werdet ihr auch noch sehen, wir werden Probleme damit kriegen, denn, ähm, ja, der Kommunismus und Sozialismus ist sehr, sehr stark. Äh, wir versuchen dagegen zu wirken. Afghanistan hat Krieg mit Indien, okay. Und jetzt geht's schon los. Das kommunistische Frankreich zeigt sein wahres Gesicht. Die Roten sind eindeutig darauf eingestellt, ihr Gift zu verbreiten, wie sie in den, der letzten Sitzung der Wahlen nachweislich gezeigt haben. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir müssen vorbereitet sein. Wir kriegen jetzt 10.000 Mannsteck, oder waren's 100.000? Geil, wenn man schnell wegklickt. Genau, und wir kriegen schon das Ereignis. Der schwarze Montag. Am 3. Februar 1936 hörte die Berliner Börse auf zu sinken. Sie stürzte ab. Angeheizt durch die Instabilität des Marktes kam es zu Panikverkäufen, sobald die Börse am Montagmorgen öffnete. Es dauerte bis weit in die Nacht hinein, bis die Fernschreiber aufhörten, die Ergebnisse des sogenannten schwarzen Montags auszusprungen. Als die Ergebnisse ausgewertet waren, war klar, dass sich die Situation nur noch verschlimmert hatte. Der Schock dieser beispiellosen wirtschaftlichen Katastrophe wird zweifellos in der ganzen Welt zu spüren sein. Das goldene Zeitalter Deutschlands ist zu Ende, zumindest vorläufig. Mein Gott. Wir kriegen schwarzer Montag-Effekt. Fabriken für Konsumgüter 30% obendrauf, Baugeschwindigkeit minus 20%, Fabrikleistung minus 20%, Stabilität minus 10% und weltweite Spannung plus 4%. Der fünfte Anglo-Afghanische Krieg geht auch los und wir wollten noch einen Geheimdienstler wählen. Genau, und durch den Kommunismus bzw. durch die Instabilität der Welt wird es wahrscheinlich passieren, dass uns Marionetten flöten gehen. Genau. Wir haben nämlich hier hinten noch einmal Qingtau oder Qingtau und Vai Hai. Haben wir anscheinend dazugekriegt, Vai Hai. Und wir haben noch Vietnam, Laos und was ist es noch? Laos und ja, ihr wisst schon, ne? Kambodscha, genau. So, das ist auch noch unsers und Mittelafrika. Auch noch. Und ja, es kann sein, dass wir die verlieren. Wir müssen uns richtig darum kümmern, um diese Marionetten, damit sie uns nicht abhanden kommen. Ja, wir haben schon das nächste Ereignis. Sturm auf die Banken. Die deutschen Bürger, die durch den Zusammenbruch der Berliner Börse in Panik geraten sind, stürzen sich auf die Banken, um ihr Vermögen abzuheben. Die Banken können es sich nicht leisten, solche Summen auszugeben und viele sind vom Zusammenbruch bedroht. Viele fordern ein sofortiges Eingreifen der Regierung, um diese beispiellose Finanzkrise zu stabilisieren. Genau. Vorübergehende Schließung der Banken. Dann kriegen wir politische Macht minus 100, Basis Stabilität minus 15. Garantie für die Betriebe von Privatpersonen. Das ist so ein Mittelding. Politische Macht minus 50, dafür aber die Stabilität 5% höher. Und wir können einmal nichts unternehmen, das geht auch. Dann kriegen wir die Stabilität minus 30%. Und das wollen wir nicht, denn in dieser Mod ist es so, ich meine, ich habe es geschafft, als ich das mal angespielt habe letztens, dass man auch Minus Stabilität kriegen kann. Und das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn der Kommunismus hier versucht, an die Macht zu kommen. Deswegen, Garantie für die Betriebe von Privatpersonen ist wahrscheinlich der beste Ausweg, weil wir die politische Macht nämlich auch noch brauchen. Chunking Tianjo declared this will not go well. Ist irgendwas in China. Interessiert uns nicht. Ich weiß nicht, ob es unsere Marionetten sind. Ich glaube es nicht. Aber gut. Ende der schwarzen Woche. In den Tagen nach dem schwarzen Montag, dem Beginn der sogenannten schwarzen Woche, verbesserte sich die Lage kaum. Die Panikverkäufe von Aktien erreichten einen historischen Höchststand, da die Menschen versuchten, ihre Aktien loszuwerden, bevor sie wertlos wurden. Als die Berliner Börse am Ende der Woche schloss, war der Markt so tot, wie die elf großen Wirtschaftsexperten und Spitzenmanager in Deutschland die Selbstmord begangen hatten. Die deutsche Regierung musste handeln. Die Wirtschaft muss reformiert werden. Wir kriegen Stabilität plus 5%. Und wir müssen jetzt folgendes tun. Und zwar müssen wir unten, damit wir das Ganze mit den Fabriken von Konsumgütern wegkriegen können, müssen wir einen Schwerpunkt machen. Und zwar entweder Zentralisierung, den Bundesrat wieder einsetzen oder Schleichers Kamarilla. Das können wir nämlich hier machen. Und ja, ich habe mich eigentlich, ich habe gedacht, das wäre für uns am schlauesten, den Bundesrat wieder einzusetzen. Kaiser Wilhelm wird den Kanzler nicht mehr ernennen können. Ähm, ja, ist halt eine Auswirkung. Aber wir kriegen politischer Machtzuwachs plus 5%. Wenn wir das hier machen, ist auch nicht schlecht. Ortsversprechen durch deutsche Post ersetzen. Baugeschwindigkeit plus 5%. Oberkanzler der Produktionsleistung plus 5%. Wilhelm II. wird den Kanzler nicht mehr ernennen können. Ist genau dasselbe. Und das hier sieht schon echt scheiße aus. Deswegen lassen wir das mal gleich. Äh, ich überlege gerade sogar, ob wir nicht lieber Zentralisierung, Zentralisierung abschließen sollten. Ich glaube, das wäre sogar besser. Ähm, dafür müssen wir aber Probleme mit den Halbstarken. Dieser Schwerpunkt wird abgebrochen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Warum geht das jetzt nicht? Was steht denn hier? Aha. Also nichts. Probleme mit den Halbstarken. Wo ist das denn? Probleme mit den Halbstarken. Ist wahrscheinlich ein Event, was wir noch kriegen, denke ich. Ähm, genau. Okay, dann ist das wohl ein Event. Wir können aber trotzdem die anderen Sachen schon mal machen. Das ist ja kein Problem. Ähm. Kriegen wir politischer Machtzuwachs. Plus. Hier, das können wir. Basisstabilität machen wir. Das ist noch wichtiger gerade, denn wir haben nur noch 40%. Was noch viel ist, muss ich dazu sagen. Das österreichische Kaiserreich zieht sich aus Italien zurück. Österreichischer Einfluss schwindet weiter. Genau. Okay. Das ist für uns eher uninteressant. Polnische Monopole kollabieren. Ey, ich kann nicht mal lesen. Das geht so schnell alles hier, Leute. In Folge des Schwarzen Montags sind einige unserer Unternehmen in Polen in Konkurs gegangen. Wir haben nun die Nachricht erhalten, dass die polnische Regierung, die über unser wirtschaftliches Interesse in ihrem Land verärgert ist, unsere Vermögenswerte in ihrem Land beschlagnahmen will und uns damit die Kontrolle über ihre Wirtschaft entzieht. Das ist eine Katastrophe. Das werden wir nicht vergessen. Politische Macht minus 25. Okay. Was ich übrigens richtig nice finde, Leute. Guckt mal, es gibt einfach... Warte mal. War es Essen oder war es Düsseldorf, was es jetzt nicht gab? Ich glaube, Düsseldorf gab es nicht, ne? Gab es oder gab es Essen nicht? Doch, Essen gab es. Genau. Düsseldorf fehlte immer. Düsseldorf gibt es jetzt. Finde ich sehr gut. Ich weiß nämlich nicht, warum Düsseldorf, ob das damals nicht so groß war, aber ich meine, ich hatte mal geguckt. Eigentlich war Düsseldorf ja genauso wichtig. Genau wie hier Leipzig. Genau, Leipzig. Ne, doch, Leipzig gibt es auch im Vanilla Game und Dresden. Aber die haben, glaube ich, nicht mal so viele Punkte im Vanilla Game. Naja. Die FAUD oder FAUD. Das wird nämlich jetzt sehr interessant, Leute. Die Freie Arbeiterunion Deutschlands ist ein Dachverband mehrerer Gewerkschaften, die in der turbulenten Zeit der Französischen Revolution 1919 gegründet wurden. Sie haben wiederholt den syndikalistischen Terror angeprangert und durften deshalb bisher ungehindert operieren. Doch unsere Geheimdienste haben eindeutige Beweise dafür erbracht, dass ihre Führer in Kontakt mit syndikalistischen Organisationen in den anderen Nationen stehen, wie zum Beispiel der CNT FAI in Spanien. Und wir haben auch den Verdacht, dass einige Mitglieder direkt gegen den Kaiser konspirieren. Ja, jetzt wird es sehr interessant. Denn das, was wir uns jetzt entscheiden, hat Auswirkungen auf alle zukünftigen Events. Genau, Inhaftierung der Führer und Verbot der Partei treibt sie in den Untergrund. Was aber auch bewirken könnte, dass dann der Widerstand nur noch stärker wird. Dann kriegen wir politische Macht minus 100, also 100, ist auch nicht weiter schlimm. Also kriegen wir sowieso, hier 150 sogar. Und erhält das Ereignis Deutschland verbietet die FAUD. Gehen Sie mit diesen Roten kein Risiko ein, steht darunter. Und wir können sagen, lassen Sie sie weiterarbeiten, aber beobachtet sie genau. Ja, dann kriegen wir politische Macht minus 150. Aber ja, die FAUD darf die, darf weiter agieren. Weiß ich nicht, was hier steht, ist ganz wird. Ähm, ja, ist jetzt schwierig. Beim letzten Mal habe ich sie weiter agieren lassen und habe sie weiter beobachtet. Vielleicht ist das nicht so schlau, ich weiß es nicht, weil eigentlich stehen wir ja gegen den Kommunismus. Das heißt, warum sollten wir die weiter operieren lassen in unserem Land? Also weiter existieren lassen? Andererseits sind sie gefährlich und wir müssen die weiter im Auge behalten. Wenn wir die jetzt nämlich in den Untergrund, ähm, ja, jagen, dann haben wir ja nicht mehr so viel Kontrolle über die, denke ich mir so. Ich weiß nämlich selber nicht, was noch kommt. Deswegen weiß ich nicht, womit ich rechnen muss. Äh, ich sag jetzt aber mal, wir lassen sie erstmal weiter agieren. So. Genau, jetzt sind wir minus 100 Politische Macht. Sehr schön. So. Und, ähm, ja, wir haben schon das nächste Event. Aber das Event sparen wir uns für die nächste Folge auf. Denn wir haben schon wieder 23 Minuten voll. Über, ich glaube, es müssen schon 24 Minuten sein, weil es kommt dann auch das Intro davor. Deswegen sehe ich gerade nicht die volle Länge. Äh, ja, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr mehr Mods sehen wollt, mehr von dem Let's Play, dann zeigt mir das gerne mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar, einem Abo. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.